Der Wehrturm in der Feixenallee ist der letzte erhaltene von den ursprünglich fünf Wehrtürmen der alten Ringmauer. Die Wehrtürme waren mit Holzschindeln gedeckt und mit zahlreichen Schießscharten versehen. Zur Abwehr der Feinde dienten zwölf Handkanonen. Von Norden und Süden schützten je ein festes Tor mit einem darüber gebauten Turm die Zugänge zum inneren Markt. 1850 demolierte man vier Türme und entfernte die beiden Markttore. 2003 wurde der letzte Wehrturm vom Tourismusverein renoviert. Er wird heute für kleinere Feste und Weinverkostungen genutzt. Untertitelung des ZDF, 2020 20 گ Satz